Yo, was geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Das zweite Video jetzt zu Apaches EP. Heute, in dem Video zeige ich euch auf jeden Fall mal zwei kleine Parten von dem Track Beef. Also wie gesagt, der Track heißt Beef und ich würde auch nicht länger rumfackeln, da würde ich euch erstmal den ersten Part einblenden. Beef, sie wollen... Yo, das war der erste Part, beziehungsweise ich denke, das war die Hook von dem Song Beef. Ja, mal wieder was ganz anderes, ist eigentlich ganz geil. In jedem seiner Songs spielt er eigentlich auch ein bisschen an seine Konkurrenten an. Ja, ihr braucht Beef, um es so weit zu schaffen wie ich. Wisst ihr, was ich meine? Sind auf jeden Fall geile Messages dabei. Den Track kann man auf jeden Fall feiern, ist ganz geil. Und dann würde ich eigentlich auch nicht länger rumfackeln. Ich zeige euch noch einen zweiten Ausschnitt, einen zweiten Part vom Video, beziehungsweise vom Lied. Und das Ganze könnt ihr dann ab 0 Uhr natürlich auf Spotify und Co. abchecken. Und let's go. Mann, ich komme in deine Hut und du bist lieb, denn du weißt. Was auch kommt, Digga, Mann, ich, der sieht meine Feind. Die Message in der Mucke, Digga, liegt im Betal. Egal, was ich sage, Bruder, bitte liest zwischen Zeilen. Bei dir läuft nur mies, denn du brauchst Beef, um zu reißen. Jack, was gibt der Beat und ich bin mies am Zerreißen, mein Onkel... Jo, das war der zweite Part aus der Single Beef, aus der EP von Apache. Ist auf jeden Fall geil. Das Ganze könnt ihr euch heute Nacht dann komplett auf Dauerschlafe reinziehen. Wie gesagt, ab 0 Uhr, überall erhältlich. Und das Ganze sollte nur ein kleiner Vorgeschmack sein, eine kleine Hörprobe. Und checkt auf jeden Fall meinen Kanal ab. Da sind noch weitere Hörproben zu einigen Singles. Und in diesem Sinne, Peace und bis zum nächsten Video.